Ich bin hier im The Retreat. Das ist in Fort Stevens und wir leben in diesen kleinen Bungalows, wie ihr sehen könnt. Und es ist sehr schön hier. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein perfekter Platz wäre, um mit der Familie und den Kindern herzukommen. Es ist sehr ruhig hier, aber es ist sehr schön und in den Bungalows ist es echt sehr gut zu leben. Und ja, es ist sehr schön. Ich bin gerade in Fort Stevens. Wir sind ein bisschen in Richtung Strand gefahren, hatten gerade einen super, super schönen Sonnenuntergang. Wie ihr sehen könnt, im Hintergrund die Dünen. Der Himmel ist noch rot. Es sieht einfach sausau geil aus. Wunderschöne Landschaft hier. Kommt her und guckt es euch selber an. Wow.